Was sollen wir jetzt tun? Haben Sie eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Mir ist so langweilig. Aber vielleicht können wir uns etwas im Fernsehen ansehen. Es gab eine gute Serie. Wir können es uns gemeinsam ansehen. Es könnte sein. Aber vielleicht können wir uns einen der neuesten Filme ansehen. Was denkst du? Okay, lass uns das tun. Oder alles vergessen. Lasst uns ein wenig über den Arbeitsplatz klatschen. Denn deine Mitbewohnerin Julia, ich glaube, sie will aufhören. Eigentlich ist es das nicht. Da sie ein kleines Kind hat, möchte sie Mutterschaftsurlaub nehmen. In Deutschland nennt man das Elternzeit. Es wäre auch gut für uns. Vielleicht stellen sie eine zusätzliche Person ein. So werde ich bei der Arbeit nicht zu müde. Ich glaube nicht, dass ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird. Denn unser Chef ist ein sehr geiziger Mensch. Er möchte nie viel Geld ausgeben. Lässt sie bei Bedarf über Stunden machen. Du hast recht. Wie auch immer, lasst uns nicht klatschen. Sünde. Wir können über andere Themen reden. Zum Beispiel Inflation. Oder Wahlen. Vielleicht könnte es der Klimawandel sein. Lassen Sie uns über allgemeine Themen sprechen. Es ist spät. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Wir sehen uns morgen bei der Arbeit. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns. Auf Wiedersehen.